Jetzt sagen Sie nicht, es ist schwerer Dienstag. An dieser Stelle möchte ich meinem Außenminister ganz herzlich zu seiner Hochzeit gratulieren. Ich meine das völlig ernst. Ich wünsche Herrn Dr. Westerwelle als Privatmann alles Glück der Welt. Er hat es genauso verdient wie alle Menschen auf der Welt. Ehrlich. Und wir Deutschen hätten es verdient, dass er dieses Glück auch ausgiebig genießt. Zum Beispiel auf einer schönen Hochzeitsreise. Vielleicht in die Karibik. Und bitte nicht nur 14 Tage. Wie wäre es mit 14 Jahren? Das täte dem ganzen Land gut. Und selbstverständlich könnten wir uns das leisten. Es geht doch überall bergauf. Ein extrem forschendes Wirtschaftsforschungsinstitut aus Kiel erwartet für den Sommer 2011 sogar eine Rentenerhöhung. Um 0,75%. Gut, dass so etwas rechtzeitig ausgerechnet wird. Bei einer Durchschnittsrente von knapp 1000 Euro haben die Rentnerinnen und Rentner jetzt gut 10 Monate Zeit, um sich auf den Geldregen von 7,50 Euro im Monat vorzubereiten. Und verkneifen Sie sich bitte jetzt jeden Witz darüber, dass man sich für 7,50 Euro nicht mal eine Lupe leisten kann, ohne deren Hilfe die Erhöhung gar nicht wahrnehmbar ist. Mit solch achtlosen Bemerkungen können Sie ganze Berufsgruppen demütigen. Für 7,50 Euro muss ein niedergelassener Hausarzt zum Beispiel fast zwei Stunden arbeiten gehen. Und das ist kein Witz. Zumindest befürchte ich, dass der Hausarzt der letzte Woche auf der Ärzte-Demo in Essen ein Holzkreuz mit der Aufschrift Hausarzt gleich 3,99 Euro pro Stunde vor sich her trug, das tatsächlich ernst gemeint hat. Wenn man so eine Zeitung in der Hand hält, auf deren Titelseite ein Hausarzt auf einem großen Foto mit Leidensmine seinen Stundenlohn von 3,99 Euro beklagt, während im Artikel daneben erklärt wird, dass die Hausärzte im Schnitt 10.000 Euro brutto nach Abzug aller Praxiskosten verdienen, kann man eine gewisse Bewunderung nicht unterdrücken. 10.000 Euro bei einem Stundenlohn von 3,99 Euro. Dieser beklagenswerte Medizinmann schuftet 2.500 Stunden im Monat. Das sind Belastungen, an denen jeder, der keinen Zugang zu ganz speziellen Drogen hat, zerbrechen müsste. Da kommen sie mit einer 40-Stunden-Woche nämlich nicht hin. Das sind schon mindestens 80 Stunden. Und zwar am Tag. Und wenn man das Gesicht des Mediziners auf dem Foto genau betrachtet, wird deutlich, dass die Spure, die solche 80-Stunden-Tage hinterlassen, kaum zu verbergen sind. Da lässt sich schon eher verheimlichen, dass man ganz offensichtlich unter einer angeborenen, unheilbaren Rechenschwäche leiden muss, um überhaupt zum Medizinstudium zugelassen zu werden. Bis neulich.